Ja, liebe Freunde und Fans, der Ursprung-Burm, es hat uns ein weiteres Mal getroffen. Wir bedanken uns für die Nominierung beim Andi von der Münchner Zwietracht. Und in dem Fall sind wir alle drei zusammengekommen. Wir waren ja ganz nahe und beieinander im Radius von ca. 80 Metern. Ein bisschen proben müssen wir ja auch schon mehr, weil irgendwann wird es ja mal losgehen, das Ganze. Also ich würde sagen, wir reden nicht lange um. Die U1 Musikanten-Challenge von der Ursprung-Burm. Wir machen noch einen neuen Titel. Auf geht's! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018